Mit welchen? Ja, ja, und mit der Uhr. Mit wem? Gegen die Couch. Hä? Die Couch. Wir sind mit der Couch Fränkis. Wir sind mit der Couch. Ah. Was geht denn mit der Couch? Ja, und er hat gesagt, dass du siehst. Okay. Ich bin gespannt. Assalamu'alaikum. Okay. Wann geht's los? Jetzt in zehn Minuten. Aber die Rangliste hat schon angefangen. Die haben die Uhr nicht. Elf Uhr hat die schon angefangen. An Sache? Wallah. Haha. Assalamu'alaikum. Wie, die kam nicht klar? Die haben die irgendwie nicht zurück. Die haben um 23 Uhr heute angefangen. Oh. Die deutschen Manager, die jeden hier löschen. Kam nicht klar? Ja, Haram. Ja. Ohne Brille, Brille will ich Brille. Ich war mit Abou Hamza, mit Pierre Vogel gerade die ganze Zeit live. Wahrheit, ich habe gesehen. Ich habe euch die ganze Zeit beobachtet. Ja, der soll öfter live kommen. Soll doch mal aus seiner... Ihr seid schon lange seit. Zwei Stunden oder so live. Eines waren schon. Ja. Eines waren schon. Ja. Eines waren schon. Oh, man. Oh, war nur mit. Assalamu'alaikum. Wie geht's? Assalamu'alaikum. Wie geht's? Assalamu'alaikum. Maximo. Ja, war Abou Juhil, war schön. Ja, war Allah, war schön. Assalamu'alaikum. Taillano. Ja, Cero. Adriano Talentano. Suleimano. Kennst du Adriano Talentano? Ich? Natürlich. Letzte Warnung. Der beste Typische Würde. Sehr gut, sehr gute Stream gehabt gerade, muss ich ehrlich sagen. Maschallah, ja, hat auch sehr, sehr... Stabiler Mann, sehr stabiler Mann. Ja, ja, hat sehr, sehr viel Wissen und ich finde auch gut, dass er wirklich da ist, dass er sich mal zeigt und nicht wie sie ihn stellen. Weil das ist ihn, das ist eigentlich, wie sie ihn darstellen, ist beschämend, um ehrlich zu sein. Ja, Mann, hundertprozentig. Ja, Mann, hundertprozentig. Gibt's ja auch nicht zu tun. Der ist ja auch noch sympathisch, weißt du, wie ich meine? Der ist auch witzig, wirklich. Meine ich Herrn? Ich weiß, ich sei. Der ist sympathisch echt. Und der ist schlau, Mann, schlau. Wenn einer intelligent ist, ne, der hat ganz andere Aura. Allahumma barik. Auch sehr, sehr interessant, wie er konvertiert ist und was er erst mal alles an Wissen angeeignet hat. Finde ich auch gut. Barella. Oh, ich folge Barella nicht, warte. Entschuldigung, Barella. Das Hype. Hallo, Barella. Barella ist heute süß. Barella, hast du Arafat schon deinen Tanz gezeigt? Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Barella, schäm dich. Warum muss der Tanz passen? Barella, das sieht gut aus. Ja, 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 aber ich hab noch einen anderen, wo er nun Harun war. Ja, ja, die übertreiben manchmal. Ich meine diese hier. Barella. 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 Was machst du? Und du? Was meinst du? Was meinst du? Schreib privat. Barella. Barella. Passt wegen Größe. Wie ist das? Es liegt im Auge des Betrachters, Habibi. Aber für was modellen? Was modellen? Das sag ich ihm danach. Aber er soll erst mal, wenn er mir dann sagt, Arafat Abi, du hast recht, ich hab überlegt einen Tag. Ich kann mir das vorstellen. Ich überleg und dann morgen nicht kommt. Inschallah, Barella. Habib Barella. Barella. Ich sehe ihn. Gata, du hast es gemerkt? Warte, du hast die Vision. Eine Minute geh ich. Ich geh jetzt. In eine Minute geh ich. So, Maxi. Und sonst? Alles okay bei euch? Alles. Alles gut in der Kambodscha. Alhamdulillah. Kambodscha, ja? Alhamdulillah. Hat das geklappt, Bruder, was du gemacht hast? Kurkobine. Gleich hast du Geburtstag um 0 Uhr. Ja, Sir? Ja. Hat das geklappt? Ja, nein. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich erzähl dir nachher. Alles gut. Aber ist alles so gut. Die Couch wartet. Ja, der ist 30 Sekunden. Ah, okay. Jetzt habe ich was zu haben. Maxi, ich hoffe, dir geht es gut. Die und deiner Familie, inshaAllah. Okay, Leute, ich gehe weiter. Eine Runde, oder? Das nimmst du? Ja, ich glaube, eine Runde. Eine Runde. Insch'Allah, ich mache den schnell fertig. Aber der hat bestimmt 2000 Booster oder so gesammelt. Okay, egal. Barella, wo ist mit einer Person? Er kommt nicht mehr. Da, ich bin Leute. Wo ist der? Wo ist der? Bruder, äh, äh, Maxi. Schon passiert, Bruder. Bin die gefolgt. Bin die gefolgt, Bruder. Bin die gefolgt. Dubai Night ist auch da. Okay, ich schreib dir mal. Wo ist der? Der hat noch Booster gesammelt, Alter. Wollah, was für ein... Ich küsse dein Herz, Maxi. Wollah, vielen, vielen Dank, Bruder. Vielen Dank, dass du hier bist. Okay. Okay, der kommt jetzt. Wartet, ich mache mir eine Anfrage. Wo ist der? Warum sehe ich ihn nicht? Da. Was ist das für eine romantische Musik? Also, äh, Frankie, wenn ich das sehe, ja, was ich sehen tue, etwas geschieht. Das hat meine Ex auch gesagt. Hat sie sich aber verlassen? Deswegen? Nee, danach hatten sie komische Augen. Deine Ex, was? Hat sie sich geschlagen, dein Ernst? Nein, nein, nein. Hallo, Schminke gekauft. Also. Auf jeden Fall. Nicht witzig. Also, äh, dafür saß ich zwei Jahre in Haft. Also. Mit Recht, ja. Äh, okay. Äh, weswegen hast du mir eine Anfrage gestellt, du sehr, sehr streitsüchtiger, sehr dominanter Mensch aus dem Orient? Pass auf. Wir haben gestern gematcht. Wir sind jetzt quitt. Wir machen ein neues Kapitel auf. Okay? Wir machen ein neues Kapitel. Nö. Wir. Was? Nein. Minu Berlin, Salamu alaikum. Wir machen jetzt ein neues Kapitel. Wir machen eine Runde. Und was? Wir spielen um etwas. Und der Verlierer schickt sofort den anderen rüber, ohne Wenn und Aber. Es ist bei mir alles in Ordnung. Ich habe das geprüft. So, jetzt höre ich dich. Was hast du erzählt? Also, du hast zehn Booster heute klar gemacht. Nein, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe drei oder vier. Da bin ich dir ganz ehrlich, Wallah. Ich brauche dich nicht anzulügen. Und dein Robin, diese Robbe, ja? Ja. Der hat dich bestimmt irgendwie angelogen, weil ein Verräter bleibt ein Verräter und ein Lügner bleibt ein Lügner. Ja, ja, nein, nein. Das war nicht Robinson. Hör zu. Aber ist doch egal, wie viele Booster ich habe oder nicht habe. Das ist nicht das Problem. Genau. Es geht hier um Zusammenhalt. Es geht um Liebe. Ne? Herr Jasser? Es geht hier um Fairness. Sugar Performance. Schön, dass du da bist, ja? Also, alle Sorge-Performance.com. Okay, okay, die Leute wissen Bescheid um 0 Uhr. Die Leute sind alle hier drin. Wir spielen jetzt eine Runde um einen Löwen. Guck mal, schämst du dich nicht, Alter? Schämst du dich nicht? Wolltest du mir nicht noch was schicken? Sag mal, ich habe doch mit dir privat alles geklärt. Was machst du jetzt für die Filme? Nein, nein, ich meine nur. Rikki, hör auf damit. Rikki, hör auf damit. Bitte, bitte. Komm mal, hör zu, hör zu. Also, okay, ich bin fertig. Du darfst reden. Mein Löwen, der Verlierer schickt sofort.